Musik Das H0 Modell der E10 Epoche 3 der Deutschen Bundesbahn kommt als Neukonstruktion in den Fachhandel und trägt die Loknummer E10 110. Das Expert-Modell der E10 kommt in DC und AC Ausführung auf den Markt. Diese Maschine war in der BD Karlsruhe BW Heidelberg beheimatet und trägt das Revisionsdatum 5. Februar 1965. Die Dachausrüstung ist perfekt nachgebildet. Besonders besticht das Modell durch vorbildgerechte Nachbildung der Pantografen, filigrane Dachisolatoren in vorbildlicher Materialstärke, sowie den nachgebildeten Schweigerlüftern. Das Vorbild des Modells zeigt mit seiner gelungenen Kopfform, Einfachlampen, freistehender Front- und Türgriffstangen die Umsetzung aller Details des Vorbilds. Sie tragen auch zum perfekten Gesamteindruck bei. Die Drehgestelle sind detailgetreu wiedergegeben. Die Lackierung und die Bedruckung ist makellos sowie trennscharf und entspricht in jedem Detail dem Vorbild. Das Modell ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Die beiden Drehgestelle haben auf je einer Achse diagonal angeordnete Haftreifen, die zur Erhöhung der Zugkraft beitragen. Die Lokomotive ist mit einer digitalen Schnittstelle PLAX22 ausgerüstet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden 22-poligen Pico-Decoder abrufbar. Die Soundnachrüstung ist ebenfalls durch nachträglichen Einbau eines Lautsprechers und einem Sound-Decoder problemlos möglich. Bei Fahrbetrieb erfolgt automatisch Fahrt durchdurchsabhängig der Wechsel von Dreispitz-Signal sowie der Schlussbeleuchtung. Die Schlussbeleuchtung ist extra schaltbar, damit die Lok auch im Wendezugbetrieb eingesetzt werden kann. Beim Modell der BR-E10 kann die Kabinenbeleuchtung und die Maschinenraumbeleuchtung separat geschalten werden. Besonderes Highlight ist der auf den realistischen Fahrsound abgestimmte, fahrstufenabhängige Schaltstufenblitz im Maschinenraum, den wir hier zur Demonstration vorführen. Das verleiht dem Modell ein Alleinstellungsmerkmal. Die Pico Baureihe E10 zeichnet sich durch einen Zinkdruckgussrahmen sowie sauberen und leisen Lauf aus. Die ausgezeichneten Fahreigenschaften, vor allem auch die extremen Langsam-Fahreigenschaften, verdankt die Lok des neuen 5-poligen Motors mit zwei Schwungmassen und sorgen auch für ausgezeichnetes Ausrollen des Modells. Das Pico-Expert-Modell der Baureihe E10 Epoche 3 lässt sich auf ihrer Anlage universell einsetzen. Ob im Wendezugbetrieb, vor Schnellzuggarnituren oder Nahverkehrszügen, mit dieser E-Lok haben sie neben einem robusten Alleskönner gemeinsam mit den technischen Raffinessen des Modells einen Blickfang auf ihrer Anlage. Mit dem Modell der Baureihe E10 setzt Pico seine Reihe klassischer bundesdeutscher Kult-Lokomotiven fort. Untertitelung des ZDF für funk, 2017